Mal ganz ehrlich, liebes Publikum, wer hättet ihr gedacht, ist der Lieblingsautor von Hans-Peter Baxter, dem blonden Megafon von Scooter? Also ich hätte jetzt ganz ehrlich gedacht, der Brösel von Werner, Walt Disney oder vielleicht der Jamie Oliver oder vielleicht auch aus Imagegründen sowas wie Goethe oder Thomas Mann. Ich meine, wie in der Neuredaktion. Wir hatten zwar schon mal davon gehört, dass der HB gern mal auf eine Lesung geht, weil er da wahrscheinlich auch endlich mal unerkannt hingehen kann, aber, dass sein Lieblingsautor ausgerechnet, der am aller, aller schwersten zu konsumierende deutschsprachige Autor Thomas Bernhardt ist, da hat hier wirklich ganz ehrlich keiner mit gerechnet. Sätze über eineinhalb Seiten, Wiederholungen bis zum Erbrechen, das ist nicht unbedingt jedes Ravers Sache, aber anscheinend HPs. Vielleicht damit er beruflich umso brachialer und einfacher zu Werke gehen kann. Wir werden das bei Gelegenheit mal mit ihm ausdiskutieren und hier sind Scooter mit Single Nummer 29 und zwar One. Bushido war das und Frau Biedermann ist weiterhin fest dabei, die Marke Jeannette sowas von flächendeckend zu platzieren. Nach der Live-DVD und der Klamotten-Serie gibt es jetzt auch endlich, endlich, endlich das Jeannette-Parfüm. Und das gibt es übrigens schon für 80 Cent im Probierflakon, wenn das mal kein Schnäppchen ist. Und worauf wir natürlich alle auch sehnlichst gewartet haben, Jeannette hat es geahnt und unseren geheimsten Wunsch schon mal vorab erfüllt. Ein ganzes Album mit Weihnachtsklassikern von Silent Night bis Amazing Grace. Natürlich gibt es noch ein paar moderne Schmachtwitzen mit dazu, mit allen Weihnachtsklischees, die man sich so denken kann. Strahlende Kinderaugen, ein riesen Weihnachtsbaum, Jeannette im sexy Weihnachtsfraukleidchen und Jeannette, wie sie sich auf einem Eisbärenfell regelt. Tja, das ist schön und romantisch zugleich, da wollen wir euch nicht länger darauf warten lassen. Hier kommt für euch Infant Light. Liebes Publikum, ich möchte euch von ganzem Herzen empfehlen, die neue Viva Bams zu lesen mit Gwen Stefani, wie das Cover schon so schön zeigt. Dann gibt es noch Rosenstolz, wie Anna ihren Peter Zehnte unbedingt lesen. Ja, so viel zum Viva Bams. Und weil ja so langsam die Zeit der alljährlichen, beschaulich besinnlichen Jahresrückblicke etwas näher rückt, wollen auch wir von Neu an dieser Stelle etwas über das vergangene Jahr resumieren. Und deshalb halten wir fest, wenn es dieses Jahr in Deutschland irgendwas Neues gegeben hat, dann waren es ja wohl einmal eindeutig die neuen alternativ angehauchten Wir-sind-Helden-Gedächtnis-Bands Juli und Silbermond. Und dann gab es da noch den Berliner Hip-Hop oder wie Sido es sagt, Rap von der Straße. Denn das, was es vorher gab, das wäre doch laut Sido eh alles nur Abiturienten-Hip-Hop gewesen. Und nur das, was er macht, ist echter kleinkriminellen Rap. Und deswegen sehen seine Clips auch den US-amerikanischen Vorbildern ziemlich ähnlich. Außer, dass das Budget bei ihm eher nur für drei bis vier Mädels gereicht hat, anstatt für drei bis vier Dutzend. Das wird aber noch. Hier sind Sido und seine Kollegen Flair und Beat Tide vom Acro Berlin Label mit Acro Teil 4 Neue Deutsche Welle. Und ich bin raus. Tschüss.